Es gibt so ein paar Tools, die mein Online-Business wirklich verändert haben und eins davon ist Thrive Leads. Warum hat das so viel für mich verändert? Weil es wirklich Ergebnisse gebracht hat und das ist ja eigentlich im Endeffekt genau das, was wir wollen. Die Funktion von Thrive Leads ist erstmal eigentlich ziemlich simpel. Es ist ein WordPress-Plugin, mit dem du Anmeldeformulare für deinen Newsletter erstellen kannst und du kannst sie dann darüber auch auf deiner Webseite einbinden. Und genauso simpel ist es eigentlich auch, nur dass Thrive Leads das Ganze eben wirklich sehr, sehr gut macht, um das Fazit von dieser Review schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Ich konnte meine Conversion-Rate um ungefähr 300% steigern, als ich das Plugin zum ersten Mal eingesetzt habe. Und lasst uns jetzt aber mal erstmal von vorne anfangen und ich zeige dir jetzt in diesem Video, was Thrive Leads eigentlich genau ist, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert und gebe dir da einfach mal so einen kleinen Überblick. Starten wir mal mit dem wichtigsten und zwar mit den Anmeldeformularen, die du erstellen kannst. Genau dafür ist Thrive Leads wie gesagt gemacht, dass du eben diese Formulare erstellst und sie dann auf deiner Website einbindest an genau den richtigen Stellen. Insgesamt hast du zehn verschiedene Arten von Formulartypen quasi, die du mit Thrive Leads erstellen kannst. Das ist zum einen die Lightbox, also ein Pop-Up, ein Sticky Ribbon oben oder auch unten am Bildschirmrand, in Content, also im Blogartikel eingebunden, ein Slide-In von rechts oder von links. Du kannst ein Widget für die Sidebar erstellen, ein sogenanntes Screen-Filler-Overlay über den kompletten Bildschirm, dann die Scroll-Math, die man quasi wegscrollen kann, dann ein sogenanntes Content-Log, um bestimmte Inhalte erst nach der Anmeldung freizuschalten, ein Two-Step-Opt-In mit Button oder Link oder auch so Ja-Nein-Formulare quasi mit Multiple Choice. Die Bandbreite ist also wirklich riesig und du kannst mit Thrive Leads so ziemlich alles erstellen, was einem irgendwie einfallen würde. Und es gibt übrigens auch keine Begrenzung, was die Anzahl der Formulare angeht, die du erstellst und auch nicht bei den eingesammelten Kontakten quasi, die du mit Thrive Leads gewinnst. Also das ist beides komplett unbegrenzt. Die Formulare erstellst du in einem Drag-and-Drop-Editor und es ist genau der gleiche, der zum Beispiel auch beim Thrive Architect verwendet wird. Falls du also damit schon gearbeitet hast, dann wird das auf jeden Fall kein Problem für dich sein. Grundsätzlich ist es so, dass du hier in der Mitte eben das Formular selber siehst und wenn du mal in ein Element reinklickst, zum Beispiel hier in den Text, dann öffnen sich hier links sämtliche Bearbeitungsoptionen, die du eben jetzt für die einzelnen Elemente hast. Das sind prinzipiell immer die gleichen, also diese Kategorien quasi sind immer gleich. Du hast halt vor allem bei den Main Options hast du immer ein paar Unterschiede, je nach Element. Also beim Text hast du dann hier so Sachen wie Farbe, Schriftgröße und so. Wenn du mal ins Bild reinguckst, dann sieht das hier natürlich ein bisschen anders aus. Du kannst mal in das Bild auswählen, du kannst die Größe verändern und so. Also das ist mal ein bisschen angepasst natürlich, aber grundsätzlich, genau, sind diese Optionen hier eben alle immer gleich. Und hier rechts über dieses Plus kannst du dann noch weitere Elemente per Drag & Drop zu deinem Formular hinzufügen. Also da gibt es hier so ganz basic Sachen wie Text und Bilder natürlich, aber dann zum Beispiel auch Countdowns oder dann hast du hier sowas wie eine Progress Bar, also einen Fortschrittsbalken. Genau, da hast du hier ganz unterschiedliche Dinge, die du dafür nutzen kannst. Grundsätzlich finde ich, braucht es ein bisschen, um sich hier so richtig reinzufinden in den Editor an sich. Wenn man aber das Prinzip erstmal drauf hat und sich etwas einarbeitet, dann geht das Erstellen der Formulare echt gut von der Hand. Und für die Formulare stehen dir übrigens auch eine ganze Reihe an Templates zur Verfügung, die du hier über diese Wolke findest, beziehungsweise wird diese Ansicht immer geöffnet, wenn du ein neues Formular erstellst. Ich benutze diese Formulare besonders für die Two-Click-Varianten besonders gerne. Das steht dann hier immer schon Two-Step quasi dabei, also daran kannst du das immer gut erkennen. Das heißt, genau, du siehst es dann auch schon, hier ist dann quasi ein Button sozusagen im Template erst dabei, auf den man draufklickt, bevor man sich dann eintragen kann. Genau, und gerade bei diesen Two-Step-Varianten benutze ich die Templates echt gerne, weil du da zum einen viel Zeit sparen kannst und zum anderen ist aber einfach auch alles schon richtig miteinander verknüpft. Das heißt, es sind schon beide Varianten des Formulars, die du eben am Ende brauchst, sind auch schon angelegt und auch schon richtig miteinander verknüpft. Also du musst dich dann da eben wirklich nur noch um das Design kümmern. Ich werde jetzt erstmal nicht noch weiter auf den Editor eingehen. Ich habe dafür nämlich noch extra Videos, die ich dir mal hier oben verlinke. Die kannst du dir dann genauer anschauen, wenn du da auch noch ein bisschen mehr Einblicke haben möchtest. Ich will dir nämlich jetzt stattdessen lieber noch ein paar weitere Funktionen von Thrive Leads vorstellen, denn es hört mit dem bloßen Erstellen von Formularen ja noch lange nicht auf. Du kannst deine Formulare unter anderem in Thrive Leads hier in sogenannte Lead-Groups anlegen, zum Beispiel eine Lead-Group für jedes Freebie, das du auf deiner Seite anbietest oder eine Lead-Group für jeden Ort auf deiner Seite, quasi verschiedene Seiten, wo du Formulare einbinden möchtest, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel gemacht habe. Und dann habe ich hier zum Beispiel die eine Lead-Group-Bibliothek-Artikel. Das ist also das Formular, was in den Blogartikeln angezeigt wurde. Genau, hier wählst du dann, ja, welche Art von Formular du erstellen möchtest. Und wenn du das dann quasi gemacht hast und das Formular angelegt hast, dann legst du hier über diese Einstellungen fest, wo genau auf deiner Seite die Formulare denn jetzt angezeigt werden sollen. Und du kannst hier wirklich super spezifisch werden. Du kannst ein Formular für alle Blogartikel anlegen. Das ist jetzt zum Beispiel das, was ich hier gemacht habe. Dann wählst du hier einfach All Posts aus und dann wird das automatisch in allen Blogartikeln ausgespielt. Du kannst aber zum Beispiel auch einzelne Kategorien auswählen. Also wenn du zum Beispiel für jede Kategorie ein eigenes Freebie erstellt hast, dann kannst du hier auch wirklich die Kategorie spezifisch auswählen. Oder du wirst noch spezifischer und suchst hier nach einzelnen Beiträgen oder auch Seiten. Also auch das geht zum Beispiel. Und genau, so kannst du hier wirklich super spezifisch werden. Was du auch machen kannst, ist, dass du hier zum Beispiel alle Beiträge auswählst und dann hier unten einzelne Beiträge oder einzelne Kategorien noch ausschließt. Also auch mit so einer Logik kannst du hier arbeiten. Und mit diesem Targeting kannst du halt sicherstellen, dass du nicht ein generisches Formular auf deiner kompletten Seite hast, sondern dass die wirklich immer 100% auf deine einzelnen Inhalte abgestimmt sind, was ich super praktisch finde. Neben den Lead Groups kannst du auch Shortcodes nutzen. Das mache ich hier auf der Webseite jetzt nicht so viel, aber das mache ich zum Beispiel auf der Toolkiste Webseite. Da erstellst du das Formular genau gleich im Editor, aber das wird dann eben nicht automatisch irgendwo ausgespielt, so wie das hier bei den Lead Groups der Fall ist, sondern du musst per Hand den Shortcode noch an der passenden Stelle auf der Webseite einfügen. Das nutze ich bei der Toolkiste zum Beispiel für die Startseite oder für die Über-mich-Seite. Das habe ich hier über Lead Groups geregelt. Geht also auch, kannst du dir prinzipiell aussuchen, was da für dich am meisten Sinn macht, was dir am besten passt. Beides ist auf jeden Fall möglich. Genau, das sind so die Optionen. Und ja, so kannst du quasi festlegen, wo genau die Formulare auf deiner Webseite am Ende ausgespielt werden. Bei AB-Test erstellst du zwei Varianten von einem Formular, also zum Beispiel einmal mit einer Abbildung drin und einmal ohne. Und 50 Prozent der Website-Besucher kriegen dann quasi Variante A angezeigt und die anderen 50 Prozent kriegen Variante B. Und du siehst quasi, über welche Variante des Formulars sich mehr Leute eintragen und kannst deine Formulare so immer weiter optimieren, um quasi die Conversion Rate, also die Anzahl der Anmeldungen noch zu erhöhen. Und genau diese AB-Tests haben mir übrigens auch diese Steigerung von ungefähr 300 Prozent eingebracht. AB-Tests kannst du bei Thrive Leads am laufenden Band machen und glücklicherweise auch total simpel einrichten. Dafür klonst bzw. duplizierst du einfach eins deiner vorhandenen Formulare und gibst dem Ganzen dann hier erstmal quasi einen anderen Namen. Also du siehst, ich habe das jetzt hier so benannt, dass ich quasi direkt weiß, okay, hier bei dem Formular ist ein Bild mit drin und ich will die Vorlagen, das ist hier der Button-Text, den ich da habe. Das heißt, ich könnte hier bei meiner zweiten Variante zum Beispiel den Button-Text ändern. Genau, und ich mache es eben immer so, dass ich das mir hier auch direkt in den Namen schreibe. Dann gehst du hier auf Edit Design und änderst das Ganze dann wirklich noch im Formular selber. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du einfach hier auf Start AB-Test klicken und das war es dann eigentlich auch schon. Was du zum Beispiel auch machen kannst, ist, dass du, ja, wenn du hier quasi das Formular gleichlässt, dass du zum Beispiel hier die Position testest. Also dieses Formular wird jetzt hier automatisch immer nach sechs Abschnitten ausgespielt in Blogartikeln. Du kannst es aber zum Beispiel auch so machen, dass du eine Variante zum Beispiel nach zwei Abschnitten ausspielst und die andere nach acht oder neun Abschnitten und dann gucken, okay, was funktioniert denn besser, was kriegt mehr Newsletter-Abonnenten. Das sind also ganz verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Und genau, über diese Funktion kannst du dann hier einfach den AB-Test starten. Hier unten siehst du auch immer die fertigen Tests quasi. Wir können uns hier mal einen angucken, den ich beispielhaft gemacht habe. Das ist schon länger her, der ging auch nur ein paar Tage, weil das Ergebnis relativ eindeutig war. Also ich konnte hier direkt sehen, dass die Variante mit dem Bild auf jeden Fall viel, viel besser funktioniert hat. Und genau, hier siehst du dann eben, wie viele Impressionen das Ganze hatte und wie viele Conversions, also wie viele Anmeldungen in dem Fall darüber gekommen sind und wie eben die Conversion-Rate war. Und da hat sich so schnell abgezeichnet, dass diese Variante mit dem Bild besser funktioniert. Deswegen habe ich den Test dann relativ schnell beendet. Und ja, so siehst du hier dann eben quasi auch immer noch die Ergebnisse von deinem Test und kannst dir die später noch angucken. Also ich finde diese AB-Test-Funktion bei Thrive Leads super gut umgesetzt, weil du Tests echt einfach starten kannst. Das ist total simpel gemacht und ja, hat aber echt einen großen Effekt. In Thrive Leads stehen dir insgesamt elf Reportings zur Verfügung. Die siehst du hier einmal in der Übersicht. Das sind ganz unterschiedliche Reportings. Du kannst dir zum Beispiel angucken, welches Formular, wie gut lief, welcher Artikel dir die meisten Abonnenten bringt und so weiter. Super wertvolle Daten. Ich habe hier beispielhaft mal ein paar Monate ausgewählt und das ist jetzt hier zum Beispiel der sogenannte Conversion Report. Das heißt, ich sehe hier quasi über den ausgewählten Zeitraum, wie viele Conversions ich jeden Tag erzielen konnte, aufgeteilt in die einzelnen Lead Groups. Also du siehst hier diese Lead Group. Das war das Formular, was immer in die Blogartikel eingebunden ist. Hat mit Abstand die meisten neuen Abonnenten gebracht. Und dann können wir uns vielleicht auch nochmal den Content Marketing Report anschauen. Den finde ich auch immer super hilfreich. Hier siehst du dann nämlich, welche Blogartikel bzw. welche Seiten dir die meisten neuen Abonnenten gebracht haben. Das heißt, ich kann hier jetzt zum Beispiel sehen, dass in diesen drei Monaten dieser Blogartikel hier auf jeden Fall die meisten Conversions mir gebracht hat und kann hier eben genau anschauen, ja, welche Artikel am besten laufen. Kann dann daraus zum Beispiel entscheiden, dass ich irgendwie in diesen Artikeln noch ein besonderes Angebot machen möchte oder ein besonderes Freebie bewerben oder so. Also da kann man hier dann ganz unterschiedliche Schlüsse draus ziehen. Was zum Beispiel auch noch ein interessanter Report ist, ist hier der Report für das Wachstum quasi der Liste, weil ich hier wirklich jetzt genau sehen kann, okay, wie ist denn hier meine E-Mail-Liste gewachsen? Quasi eben kumuliert. Also genau, und da sehe ich eben schon, okay, da gab es ein relativ großes Wachstum jetzt in den drei Monaten. Genau, und da gibt es eben verschiedene Reports. Ich verlinke dir mal das Video, was ich dazu gemacht habe, wo ich dir die einzelnen alle noch genauer vorstelle, hier oben. Nur, dass du jetzt mal einen Eindruck bekommen hast, die Reportings sind hier in Thrive Leads auf jeden Fall super gut und super hilfreich, wie ich finde. Smartlinks sind ein sehr, sehr spannendes Feature. Die sind quasi gedacht für bestehende Abonnenten, denen du zum Beispiel einen Newsletter schickst mit einem Link zu deinem neuesten Blogartikel. Wenn diese Abonnenten jetzt auf deinen Blogartikel kommen, weil sie den lesen wollen, macht es ja vielleicht nicht unbedingt super viel Sinn, ihnen nochmal Werbung für den Newsletter anzuzeigen, dass sie sich dafür anmelden sollen, denn sie sind ja schon angemeldet. Und das kannst du über diese Smartlinks steuern, sodass dann die bestehenden Abonnenten zum Beispiel gar kein Formular angezeigt kriegen, also du kannst es komplett ausblenden, oder aber du erstellst eine zweite Variante, die sich eben genau an diese bestehenden Abonnenten richtet und die quasi adressiert, wo du dann zum Beispiel ein extra Angebot machen kannst. Diese Smartlinks kannst du hier oben unter Advanced Features und dann bei Smartlinks erstellen. Und dann hast du hier quasi diesen Link-Bilder. Und hier wählst du jetzt zum einen erstmal genau aus, wohin du die Leute auf deiner Seite schickst. Das heißt, du kannst jetzt hier einen bestimmten Blogartikel zum Beispiel auswählen. Und das ist dann quasi der, wenn du eine E-Mail schreibst, also einen Newsletter an deine Abonnenten mit einem neuen Blogartikel, genau, dann wählst du eben genau diesen hier aus. Das heißt, ich suche jetzt hier zum Beispiel mal den aktuellsten Blogartikel raus und dann legst du hier fest, ob du nur bestimmte Lead-Groups targetieren möchtest oder einfach alle Formulare. Da wähle ich jetzt einfach mal hier alle Formulare aus und was dann eben passiert. Also, ob das Formular einfach ausgeblendet werden soll oder ob du eine Variante erstellt hast, die quasi angezeigt wird stattdessen. Also, dass das Formular nicht einfach ausgeblendet wird, sondern dass dann irgendwie ein anderes Angebot oder so angezeigt wird, je nachdem, was du dir da überlegt hast. Und dann legst du hier noch fest, wie oft das quasi angezeigt werden soll. Also, nur einmal oder bis der Tab geschlossen wird oder so. Das kannst du hier eben noch festlegen. Und dann erhältst du hier am Ende eben diesen Smart-Link, den du dann in deinen Newsletter packen kannst. Und dann kriegen deine bestehenden Abonnenten eben entweder gar nichts angezeigt oder die Alternative. Du kannst hier echt super kreativ werden. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine coole Möglichkeit, auch deine bestehenden Abonnenten anzusprechen. Und nicht nur die, die quasi neu auf deiner Seite sind und die du erst zu Abonnenten machen möchtest. Jetzt hast du die wichtigsten Funktionen von Thrive Leads kennengelernt. Jetzt lass uns doch mal über Preise sprechen. Eine Lizenz gibt es für 67 Dollar, fünf Lizenzen für 97 Dollar und 15 für 147. Das Coole hierbei, das ist auch wirklich nur eine einmalige Zahlung. Du musst die Lizenz also nicht jedes Jahr erneuern, wie das ja bei anderen Plugins oft der Fall ist, sondern erhältst nach dem Kauf quasi lebenslange Updates. Das Einzige, was du erneuern müsstest, falls du es brauchst, ist der Support. Und eine weitere Möglichkeit, Thrive Leads zu erhalten, ist diese sogenannte Thrive Membership. Das sind 19 Dollar im Monat und dafür erhältst du dann 25 Lizenzen für jedes Thrive Plugin, das es gibt. Das sind eine ganze Menge. Und je nachdem, was davon du brauchst, also ob du vielleicht auch noch mit dem Thrive Architect arbeiten möchtest und noch mit ganz verschiedenen anderen Plugins, dann kann das auf jeden Fall auch interessant sein für dich. Alle Links findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn du dir darüber Thrive Leads kaufst, erhalte ich eine Provision. Für dich bleibt der Preis natürlich gleich. Also danke an der Stelle schon mal für deine Unterstützung. Mein Fazit hatte ich ja am Anfang schon kurz vorweggenommen. Ich sage es aber gerne nochmal. Ich kann dir Thrive Leads wirklich zu 100% empfehlen, wenn du eine E-Mail-Liste aufbauen möchtest. Du kannst damit wirklich so ziemlich alles machen, was man sich vorstellen kann auf der eigenen Webseite. Und vor allem funktioniert es aber auch wirklich alles einwandfrei und sehr, sehr flüssig. Wenn du noch Fragen hast zu Thrive Leads, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir weitergeholfen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.